Herzlich willkommen zum WBSC Talk, der Sprechstunde zum Thema Server-Infrastruktur heute. Es geht um Exchange 2010 End of Support und das Thema haben wir zweimal. Wir haben das nämlich heute einmal mit dem Ansatz Gründe und Tipps für eine Migration auf Exchange 2010 On-Premises und morgen geht es um Gründe und Tipps für eine Migration auf Exchange Online. Wir sagten, es lohnt sich auf zwei Themen zu verteilen. Sven hatte dort auch recht viele Anfragen bekommen und hat deswegen gesagt, lass uns doch da zwei Termine dazu machen. Heute, in der Vergangenheit, wart ihr so gewohnt bei unserer Serie von 44 Webcasts, dass wir sehr viel Live-Demos machen. Jetzt bei so einer Exchange-Migration, das ist viel umfangreicher als die Stunde hergibt. Mir geht es heute wirklich darum, ein bisschen die Rahmenbedingungen zu erläutern. Wie sieht das aus? Was empfiehlt hier Microsoft? Was gibt es für Quellen? Wie würde man bei einer Migration vorgehen? Was gibt es für Abhängigkeiten? Wie habe ich das Ganze zu lizenzieren? Das Doing an sich ist dann nochmal ein ganzes Stück komplexer. Also heute gleich vorweg die Information dazu keine Live-Demo. Ihr habt es ja in den letzten Terminen schon immer gemerkt. Da waren wir mit den Live-Demos, wo es granulare Themen waren, immer gerade so einigermaßen hingekommen. Wer da nochmal nachgucken möchte, wer sagt, oh, jetzt fallen da heute Stichworte wie Active Directory, vielleicht auch mal ein Azure Active Directory Connect oder so. Ihr könnt ja alle Webcasts nochmal anschauen. Die haben wir aufgezeichnet, 44 Stück an der Zahl. Und zwar auf youtube.com slash Sven Langenfeld WBSC und auf youtube.com slash Manfred Helber. Mein Kanal haben in den letzten Tagen viele abonniert. Da sage ich vielen Dank dafür. Ist auch eine super Sache, weil ich hatte ja gesagt, nach den 44 Terminen geht es weiter. Zwar nicht mit der geballten Form, wo wir fast täglich ein Webcast hatten, sondern wir haben ja in dem Konzept, dass wir jetzt ab Juli starten, immer montags und freitags einen Termin. Das heißt, montags gibt es so den, sagen wir mal, Thementag, wo wir ja für jeden Monat ein Thema dann festlegen. Und freitags gibt es im Wechsel das WBSC Talk Gastgespräch, wo ich mit Sven Langenfeld zusammen immer einen Gast habe, alle 14 Tage. Und dazwischenrein den Partnersupport, wo ihr ja auch das fleißig genutzt habt und eure Fragen gestellt habt. Das heißt, den werden wir dann auch alle 14 Tage haben. Und dann hatte ich aber gestern schon angekündigt, dass ich zwischenrein dann natürlich die Gelegenheit habe, ein paar Spezialthemen aufzunehmen. Gerade gestern hatten wir das Thema Remote Desktop Services nochmal, wo wir alle, denke ich, gemerkt haben, also ihr jetzt als Zuhörer und aber auch ich, der den Content präsentiert, dass wir da viele Stunden drüber referieren könnten. Also von daher werde ich das auch nochmal in Einzelvideos aufarbeiten und die dann auf meinem YouTube-Kanal veröffentlichen. Also gerne auch abonnieren, wer noch nicht dabei ist und allen vielen Dank, die Sie in den letzten Tagen schon getan haben. Jetzt aber zu unserem Thema Exchange 2010, End of Support. Und ich muss ja sagen, ich kenne den Microsoft Exchange Server schon sehr lange, aber nicht seit der ersten Version, muss ich gestehen. Denn es gibt von Microsoft so ein schönes Slide. Ich habe das ein bisschen umgebaut. Da steht eigentlich Microsoft Exchange Online. Gebaut auf 24 Jahre von marktführenden Innovationen. Ich habe das online mal weggenommen, weil das nicht unser Thema heute. Und letztendlich ist ein Exchange Online basierend auf den Technologien von Exchange 2019. Entschuldigung, auf Exchange 2019 natürlich, also die aktuellste Version. Und dann die On-Premises-Version wäre Exchange 2019. Ja, genau. Turbo-Migration mache ich leider nicht. Das können wir aber vielleicht dann in so ein Video einbauen. Also wir haben ja immer gesagt, für den Partner-Support, da könnt ihr gerne so eure Fragen einreichen. Ich hatte jetzt gerade erläutert, dass wir ab Juli unser Konzept so haben, dass wir vier Themen-Webcasts pro Monat haben und für jeden Monat ein Fokusthema. Im Juli ist das das Thema Education. Das kann aber auch mal sein, Remote Desktop Services. Das kann mal sein, Hyper-V. Das kann mal sein, Windows Client. Und wenn ihr jetzt aber für so Special-Videos, wenn ihr jetzt sagt, naja, ist ganz okay, wie der Manfred das erklärt, macht doch mal irgendwas zum Thema, ja, von mir aus Exchange-Migration. Also Step-by-Step, wie migriere ich denn jetzt zum 20-10er-Server? Dann lasst mir die Info zukommen. Also schreibt es hier in den Chat rein, schreibt es auf LinkedIn mal in den Kommentar rein. Also lasst mir die Info irgendwie zukommen, gerne auch per Mail. Und dann würde ich versuchen, in meinen geplanten On-Demand-Videos auch sowas zu integrieren. Wenn ihr sagt, das ist hilfreich, die Online-Dokumentation veranschaulicht mir das vielleicht nicht gut genug. Ich denke nicht, dass ich zusätzliche Webcasts mache, weil da ist es natürlich immer so, dass wir euch irgendwie mit in den Termin reinkriegen müssen. Das schauen wir, vielleicht funktioniert es auch. Aber sowas zu recorden ist gar kein Problem, braucht bloß alles ein bisschen Zeit. Und dann ist noch eine Anmerkung. Irgendwann geht es wieder ins Kino. Ja, sehr gerne. Im Moment ist es noch schwierig, weil ja in vielen Regionen da noch Restriktionen sind. Deswegen haben wir jetzt auch gesagt, wir machen ab Juli erst mal mit Webcasts weiter. Wir lassen aber schon mal ein bisschen Luft. Wenn wir die Chance sehen, dass wir uns wieder live treffen, dann machen wir das natürlich sofort. Aber dass da jetzt das nicht irgendwie abreißt, dass wir in Kontakt bleiben über Webcasts oder diese Teams-Online-Termine. Und natürlich freuen wir uns alle drauf, wenn wir uns dann auch mal wieder live sehen. Und das wird definitiv, wenn es die Rahmenbedingungen zulassen, auch in Zukunft dann immer wieder passieren. Aber auch da brauchen wir natürlich ein bisschen Vorlauf. Also nehmen wir an, ab morgen werden plötzlich alle Bestimmungen so, dass wir wieder Kino-Events machen könnten. Dann wird das einige Wochen, vielleicht sogar Monate Vorlauf brauchen, wo wir auch planen müssen. Wir haben da immer relativ viel Aufwand, also das bitte verstehen. Aber wir haben das auf jeden Fall im Blick und werden das wieder tun. Gut, jetzt aber zurück zu dem Thema. 24 Jahre, da sehen wir hier sowas wie ein Exchange 4.0. Exchange 4.0 muss ich gestehen, da war ich noch nicht aktiv dabei beim Thema Exchange Server. Dann sehen wir hier sowas wie ein Exchange 5.5. Das war mein Einstieg. Da habe ich so meine ersten Schritte mit Exchange gemacht. Das war zu NT4-Zeiten. Dann kam Exchange 2000. Da muss ich sagen, Entschuldigung, den 5.0 habe ich übersprungen. Der war zwischen 4 und 5.5. Dann kam Exchange 2000. Exchange 2000 war so die Version, wo ich ganz, ganz tief in Exchange eingestiegen bin. das fortgesetzt habe mit Exchange 2003, Exchange 2007 und Exchange 2010. Das heißt, die Version 2010, wo wir jetzt heute über das Thema End of Support sprechen, das war so meine, sagen wir mal, Exchange-Hochzeit, wo ich mich sehr intensiv mit dem Thema Exchange beschäftigt habe, Hochverfügbarkeit, ich habe dort viele Workshops dazugegeben und Ähnliches. Das heißt, da gibt es eine gewisse Historie. Jetzt ist es allerdings so, mit Exchange 2010 wurden dann schon die Cloud-basierenden Dienste sehr leistungsfähig. Zu Exchange 2007-Zeiten und davor nannte sich das Online-Angebot von Microsoft noch BPOS, Business Productivity Online Suite mit den 2010er Versionen. Hier ist es dann eben Exchange Online Office 365 und so weiter. Es war gerade so der Wechsel 2007 auf 2010, so in der Region. Ich habe mich dann auch mit Exchange 2013 noch intensiv beschäftigt, habe da aber für mich selber, für meine Nutzung schon festgestellt, dass Exchange On-Premises entwickelt sich in eine Richtung, die vielleicht für mich nicht das ist, was ich selbst benötige. Das heißt nicht, dass sich Exchange schlecht entwickelt hat, aber es war so, zu Zeiten Exchange 5.5, weiß ich es, weil das so meine erste Version war, wo ich intensiv dabei war, da wurde Exchange immer belächelt. Da wurde immer gesagt, was ist denn das für ein Ding? Da hatten die Unternehmen dann sowas wie Lotus Notes eher oder also die IBM-Variante des Messaging-Systems und wir hatten dann ja hier die Situation, dass Exchange, wie gesagt, belächelt wurde, nicht besonders gut skalierbar, ja sehr viele Restriktionen. Das heißt, man hatte vielleicht ein Single-Source, aber nichts, was hoch skaliert. Mit Exchange 2000, also so die erste Version, wo ich sagte, wo ich mich dann ganz intensiv beschäftigt habe mit dem Exchange-Server, war es dann plötzlich so, dass der Exchange-Server, sagte man, so ein bisschen erwachsen wird, ja. Also es waren da zwar auch noch gewisse Limitierungen, aber wurde dann plötzlich ernst genommen. 2003, 2007, 2010, wie gesagt, die Versionen, meine Lieblingsversionen eigentlich des Exchange-Servers, es war noch übersichtlich, es war noch handelbar, aber gleichzeitig wurde die Skalierbarkeit immer besser, die Leistungsfähigkeit immer besser. Und letztendlich ist es dann aber sehr stark natürlich auch durch den Bedarf von Microsoft in den eigenen Rechenzentren immer mehr in Skalierbarkeit hineingegangen, also Exchange 2013, 2016. Und 2016 ist so die Version, wo ich dann bei Exchange, sagen wir mal, mit der On-Premises-Version, mich nach und nach verabschiedet habe. Also Exchange 2016 war so der erste Server, wo ich mich nicht mehr auf einer tief technischen Basis damit beschäftigt habe, weil ich dort schon für mich beschlossen hatte, ich nutze das selbst aus der Cloud heraus. Und ihr kennt das ja, ich bin gegenüber Cloud-basierenden Diensten aus technischer Sicht total aufgeschlossen, finde das super spannend. Ich bin, wenn es um das Pricing geht, immer ein bisschen kritisch, weil ich natürlich sage, naja, so ein Cloud-basierter Service mag für manche Anwendungsszenarien besser sein, als der On-Premises-Dienst, aber nicht automatisch. Und wenn jetzt natürlich ein Vielfaches kostet, dann gibt es auch das Thema Kosten noch mit als Entscheidungskriterium. Und da war es eigentlich von Anfang an so, dass ein Exchange Online, also der von Microsoft gehostete Exchange Server, sehr, sehr günstig war. Pro Postfach, ein paar Euro im Monat. Das ist auch, wenn ich eine sehr lange Laufzeit meines Exchange Servers rechne, kostentechnisch eine sehr, sehr interessante Option. Naja, und Exchange 2019, wenn wir jetzt mal auf die aktuellste Version gehen, der hat halt absolut den Fokus auf höchste Verfügbarkeit. Wir werden auch gleich noch ein bisschen über die Ressourcenanforderungen sprechen. Das sieht man halt schon daran, dass Microsoft sagt, der Server, der sollte mindestens 128 GB Memory haben, der freut sich aber auch über 256 GB Memory. Das sind Mengen, wo ich jetzt mal sage, so der kleine SMB-Kunde, der in der Vergangenheit vielleicht einen Small Business Server hatte, wo ja die maximale Speichermenge bei 32 GB RAM lag, der wird jetzt natürlich sagen, oh, Moment, da investiere ich ja allein in den Speicher, den ich benötige, also in den RAM-Speicher für den Exchange Server, nochmal ein Mehrfaches dessen, was die Exchange Lizenz kostet. Auch da werden wir da gleich drüber reden. Nur das so ein bisschen zum Hintergrund, das heißt, was ich immer noch natürlich tue, einen On-Premises Exchange Server, wenn es mal sein muss, am Leben zu erhalten oder zu migrieren. Aber so das letzte Schräubchen im Exchange Server kann ich von mir nicht behaupten, dass ich kennen würde, weil natürlich die Microsoft-Produkte alle komplexer geworden sind und ich dann auch in der Historie hinein mich stark fokussiert habe auf die Windows Server-Themen, die wir auch so in den letzten Webcasts hatten. Also Hyper-V, beginnend mit Windows Server 2008, dann aber auch das Thema Storage Spaces und Storage Spaces Direct, wo wir dort auch Themen haben, die mittlerweile sehr zeitbilden. Und so wird es euch auch gehen. Ihr werdet euch auf einzelne Themen fokussieren müssen und das nur eine Anmerkung. Heute geht es ja um das Thema On-Premises. Also ich will euch nicht heute schon Exchange Online zu sehr schmackhaft machen, das kommt dann morgen. Aber bei Exchange ist aus meiner Sicht eine gute Gelegenheit zu sagen, man entlastet sich selbst ein bisschen in der Form, dass man sagt, da muss ich nicht mehr für die Infrastruktur der maximale Know-how-Träger sein. Ich gebe die Infrastrukturverantwortung ab an Microsoft und nutze letztendlich das, was wir Microsoft dort dann als Cloud-basierter Service oder als gehosteter Service anbietet. Also das so ein bisschen zur Historie, dass ihr seht, wo wir sind. Und bei Exchange 2010 ist es nun mal so, dass da das Support-Ende vor der Tür steht. Da müssen wir uns also ein bisschen drüber unterhalten, was wir tun, wie wir da am besten vorgehen. Und das Support-Ende für Exchange Server 2010 ist konkret am 13. Oktober 2020. Also 2007, 2003, die sind schon End of Support. 2013, 2016, 2019 wären noch im Support. Wenn ihr das genau anschaut, werdet ihr feststellen, bei Exchange 2010 wurde der Support einmal verschoben. Der wäre eigentlich schon vorbei. Das Support-Ende war dort schon früher in diesem Jahr geplant. Aber verschiedene Rahmenbedingungen haben dazu geführt, dass Microsoft sagte, wir verlängern das nochmal. Wir erlauben den Kunden bis 13. Oktober. Ja, was heißt erlauben? Das ist jetzt falsch gesagt. Wir bieten den Kunden bis 13. Oktober 2020 noch Support. Denn das steht ja hier ganz klar, auch nach dem Support-Ende wird unsere Exchange-Version weiterlaufen. Das ist übrigens immer so. Das hat ja Microsoft in der Kommunikation auch ein bisschen geändert. Man hatte in der Vergangenheit oft den Eindruck, wenn ein Produkt nicht mehr supported ist, dann funktioniert das gleich nicht mehr. Das ist nicht so. Das ist auch beim Windows Server nicht so, wenn wir da noch ein 2008, 2008 Release 2 einsetzen oder gar 2003. Aber wir bekommen keinen Support mehr. Ja, also wenn ich ein technisches Problem habe, Exchange-Datenbank oder so, kein Support. Keine Bug-Fixes, keine Security-Fixes, keine Updates für Zeitzonen, keine Outlook-Kompatibilität. Das heißt, wenn der Kunde eine alte Outlook-Version hat, alles gut. Aber wenn der Kunde sagt, Outlook 2019, ist eigentlich schon das, was mir gut gefällt. Das möchte ich nutzen. Ich habe auch das aktuelle Office-Paket, wo das mit drin ist. Ich möchte aber ein Exchange-Sara 2010 nutzen. Da gibt es offiziell keine Kompatibilität. Ob es dann funktioniert, würde ich mal sagen, ist eher Zufall. Und da stelle ich halt fest, so basierend auf Support-Anfragen, die ich dann kriege, man steckt in so Altsysteme oft sehr, sehr viel Zeit. Und die Zeit kostet ja auch was. Also ich habe es jetzt leider vergessen. Ich wollte noch mal nachschauen. Es gibt ja immer so schöne Studien von verschiedenen Verlagen, die analysieren, was sind denn so aktuell die Tagessätze für IT-Dienstleistung. Aber letztendlich kennt ihr euren Tagessatz, euren Stundensatz und müsst euch natürlich immer überlegen, lohnt es sich, das dort hinein zu investieren oder wäre es vielleicht effizienter, eine neue Exchange-Version anzuschaffen. Weil die Exchange-Lizenz, die ist ja gar nicht so extrem teuer. Also jetzt kann man preislich natürlich immer anfangen zu diskutieren. Aber ein Exchange 2019 Standard ist kostentechnisch überschaubar. Und ein Exchange 2019 Standard reicht für den typischen SMB-Kunden aus. Also da haben wir keine großen Limitierungen. Also von daher würde ich für den gesamten, für den typischen Kunden erst mal auf die Standard-Version setzen. Das stauen wir uns hier gleich nochmal an. Ja, jetzt haben wir hier einen Kommentar im Chat, 100 plus Euro zu meinem Thema der Kosten. Da ist so eine Exchange-Server-Lizenz schnell zusammengespart, wenn man sagt, ich habe dort einfach weniger Support-Stress, weil mein Outlook einfach funktioniert, weil auch die Funktionalitäten natürlich auf die aktuelle Version ausgelegt sind. Wenn wir uns das so insgesamt anschauen, für die 2010er Produkt-Ecosystem und alles, was dazugehört. Der SQL-Server hat ja ein etwas anderes Naming. Da war schon End-of-Support. Auch Windows Server 2008, 2008 Release 2 war schon End-of-Support. Auch das Windows 7 war schon End-of-Support. Office 2010 ist zusammen mit dem Exchange-Server 2010 End-of-Support. Das finde ich immer so ein bisschen kritisch, weil die Anwendung läuft auf den Client. Das ja, der User ist vielleicht der, der versehentlich mal auf die falsche Mail drückt. Und da würde ich schon empfehlen, auf eine aktuelle Version zu gehen. Von daher Exchange-Server da dran denken. Jetzt Recommended Action sagt uns Microsoft, migriere doch auf Exchange Online oder Office 365. Wollen wir aber nicht tun, weil natürlich gibt es mehrere Möglichkeiten. Wenn ich Exchange-Server 2010 habe, muss ich das Support-Enddatum 13.10.2020 berücksichtigen. und ich hätte die Möglichkeit zu sagen, ich gehe auf Exchange-Server 2016 alleine und ihr werdet feststellen, die gesamte Dokumentation zielt auf Exchange-Server 2016 ab. Ich migriere von Exchange 2010 auf 2013 oder 2016. Wenn man sowas liest, wir wissen, 2019 ist verfügbar, denken wir im ersten Moment immer weiter, hat Microsoft die Doku noch nicht aktualisiert. Ist in diesem Fall aber nicht so, weil eine direkte Migration auf Exchange 2019 ist nicht möglich. Ihr seht, der 2019 ist ja auch genannt und es gibt hier keine Direktverbindung. Also es gibt keine Linie von oben nach unten durch, sondern ihr müsst quasi von 2010 auf 2016 oder 2013 gehen. Da 2016 der aktuellste verfügbare ist, würde man auf 2016 gehen und von dort könnt ihr weiter nach 2019. Das ist etwas, was ich zu allen Produkten empfehle. Das hat jetzt nichts mit dem Exchange-Server zu tun. Ich würde empfehlen, immer zu migrieren, solange noch ein direktes, ja, beim Windows Server In-Place Upgrade möglich ist oder hier beim Exchange-Server eine gemeinsame Nutzung in der Exchange-Organisation, weil man sich dort viel Arbeit spart. Das heißt, der Exchange 2010-Kunde, der jetzt noch Exchange 2010 hat, wäre schon mal nicht mein Lieblingskunde, weil der sich nicht nach meiner Empfehlung gerichtet hätte, dass ich ihm sage, du lieber Kunde, ich hätte den migriert, als Exchange-Server 2016 auf den Markt kam, also bevor der 2019er kommt. Das wäre so meine Empfehlung gewesen, spätestens dort zu migrieren. Jetzt ist mir das vollkommen bewusst, das macht nicht jeder Kunde, aber mein Tipp an euch, empfehlt Ihnen das, weil typischerweise haben wir bei so Migrationen die Möglichkeit, die direkte Vorgängerversion und die Version 1 vorher zu nutzen für eine Migration. Machen wir es uns viel einfacher. Von daher, die Microsoft-Dokumentation dort zum Thema Exchange 2010, End of Support und Migration ist nicht veraltet, sondern ihr müsst auf jeden Fall erst mal auf eine neuere Exchange-Version, ein empfohlenes Exchange 2016, bevor ihr auf 2019 kommt. Gut, es gibt in der Mitte auch so was, ein hybrides Exchange-Server-Hybrid. Kann man machen. Es gibt Anwendungsszenarien, wo das interessant sein kann. Das werde ich morgen ein bisschen mit einbauen, wenn es dann in Richtung Exchange Online geht. Und morgen sind wir dann schwerpunktmäßig bei dem Pfad 3. Wir gehen komplett in die Cloud, also nach Exchange Online. Das ist aber wichtig. Wenn wir einen Exchange-Server-On-Premises haben, und da gehe ich davon aus, weil wir sprechen über Exchange 2010, dann gibt es so eine Entscheidungsmatrix. Wir sehen auf der linken Seite, wir bleiben On-Prem. Dann aktualisieren wir den On-Premises-Server auf Exchange Server 2016 bis zum End of Support 2025 und aktualisieren dann irgendwann auf Exchange 2019, so wie wir es gerade gesehen haben. Wenn wir nach Office 365 möchten und wenn wir unseren Exchange 2010 nicht bis Oktober 2020 komplett entfernt bekommen, dann müssen wir den aber trotzdem migrieren. Das ist ganz wichtig. Das ist schon mal so ein bisschen Ausblick auf morgen. Das heißt, wenn ich ja letztendlich ein Exchange Server On-Premises habe oder hatte und Cloud-basierte Dienste dazu nutze, muss ich trotzdem mein Lokal noch migrieren. Also was nicht funktioniert, also ich sage, cool, ich starte jetzt mit Exchange Online und meinen alten Exchange Server 2010 lasse ich einfach noch so lange laufen, wie das irgendwie funktioniert. Wir haben ja gerade gelesen, der geht nicht automatisch aus, der läuft erst mal weiter, kriegt halt Security-Updates mehr und der wird dann vielleicht von unseren Usern immer weniger verwendet. Also von daher das nicht außer Acht lassen und ich werde da immer wieder mal gefragt, wenn so ein Kunde einen Small Business Server hat, soll ich da lieber migrieren oder soll ich vielleicht die Domäne neu aufbauen? Ihr seht hier eine gewisse Abhängigkeit zum Exchange Server On-Premises und der SPS 2011 ist ja einer, der den Exchange 2010 integriert. Das ist die Exchange-Version, die dort inkludiert war. Ich sage immer, es gibt Fälle, wo es eventuell auch nicht die schlechteste Idee ist, so eine Domäne neu aufzubauen. Natürlich ist das schwierig, wenn ich eine SPS-Domain habe mit 70 Usern und mehreren Standorten und so weiter, was alles ging. Aber wenn ich eine kleine SPS-Umgebung habe, also zum Beispiel 15 User, wenig SPS-Funktionalitäten genutzt, Single Server, lokaler Standort, dann würde ich eventuell überlegen, das neu aufzubauen, um die Abhängigkeit zum Exchange Server lokal loszuwerden, damit ich den nicht in Zukunft immer mitmigrieren muss. Also von daher ein entscheidendes Thema, denn das rechts unten ist hier ein wichtiger Punkt. Hier steht was, wenn wir unser On-Premises Active Directory behalten, also wir behalten Dinge On-Prem, wenn ich das mit Ja beantworte, dann muss ich die verbleibenden On-Premises Server zu Exchange 2016 oder 2019 migrieren. Nur wenn ich sage, mein lokales AD löse ich komplett ab, dann kann ich sagen, ich entferne das On-Premises Exchange Server System und das Active Directory und arbeite letztendlich dann nur noch in der Cloud an der Stelle. So, da war jetzt leider irgendwie jemand, der sein Mikrofon versehentlich in den Call geschaltet hat, glaube ich, ich habe es nicht ganz gehört, was da gesagt wurde, ich habe es aber stumm geschaltet. Gut, jetzt das bitte nicht außer Acht lassen, was ich da rechts unten eingekreist habe und jetzt könntet ihr natürlich sofort die Abhängigkeit zum Exchange auflösen On-Premises, wenn ihr sagt, naja, der Kunde ist sowieso klein überschaubar, da ist vielleicht vieles so ein bisschen im Argen von der Konfiguration. Ich baue dem jetzt im Rahmen einer Migration eine neue Domäne auf, mache alles nach Best Practices. Ihr erinnert euch, als wir Azure Active Directory Connect besprochen haben, hatten wir so ein bisschen über die Domain-Namen geredet. Als wir die Domäne eingerichtet haben, haben wir über Domain-Name geredet, so dass ich zum Beispiel sage, ich habe ein internal.meinefirma.de, was ich dort nutze und konfiguriere und habe damit Exchange on-Premises los, die eine Variante, die andere Variante halt, dass ihr sagt, nee, ich migriere den immer mit. Jetzt hatten wir gerade schon gesagt, es geht beim Thema Migration, End of Support, natürlich nicht losgelöst nur um Exchange, sondern Windows 7 machen wir schon durch, SharePoint hat noch ein bisschen hin, da ist auch das End of Support Datum verschoben worden, auf April 2021. Also da haben wir noch ein bisschen Luft an der Stelle. Naja, jetzt wollen wir aber bei Exchange on-Premises bleiben. Hier war gerade schon eine Anmerkung, Thema der Kals ist beim Exchange Server vielleicht eher das Problem bei den Kosten. Jetzt schauen wir mal an, wie wird denn letztendlich der Exchange Server überhaupt lizenziert. Beim Exchange Server gibt es eine Standard und eine Enterprise Edition. Der Server Standard ist für kleine bis mittelgroße Unternehmen und diese Edition unterstützt bis zu fünf Postfach-Datenbanken. Naja, der typische SPS-Kunde ist mit Standard mehr als überglücklich. Das muss ich mir jetzt anschauen. Reichen die fünf Datenbanken? Ich kann auch mit einem Exchange Standard eine Hochverfügbarkeit implementieren. Das ist wie beim Windows Server Standard. Ich brauche also nicht die große Edition für ein Clustering oder eine DAG, wie das bei Exchange Server heißt, sondern ich habe dort die Redundanz-Option auch in der Einstiegsvariante. Enterprise entwickelt für große Unternehmen. Große Anzahl von Postfach-Datenbanken unterstützt bis zu 100 Postfach-Datenbanken. Also ich habe einfach ein größeres Datenvolumen. Ich habe keine unterschiedlichen Features. Das ist wichtig, weil die Funktionalitäten, die ich nutze, die ergeben sich aus der Cal-Version für den Exchange. Das ist sehr verwunderlich, weil beim Windows Server ist das ein bisschen anders. Wenn wir letztendlich an den Windows Server denken, da gibt es eine Cal-Version. Da wird nicht zwischen Windows Server Standard und Data Center Cal unterschieden, sondern wir haben dort Windows Server Cal und wir haben bei dem Windows Server den Funktionsunterschied durch die Server-Lizenz. Beim Exchange Server ist es so, dass es zwar um Skalierbarkeit geht, aber die Features, die wir letztendlich nutzen können, entscheiden sich, ob der User eine Standard Cal hat oder ob wir eine Standard plus eine Enterprise Cal haben. Das ist wichtig. Die Enterprise Cal alleine geht nicht, sondern entweder habe ich eine Standard Cal oder ich habe Standard plus Enterprise Cal. Wo sind die funktionellen Unterschiede? Die funktionellen Unterschiede, die liegen letztendlich dann im Bereich der Verschlüsselung zum Beispiel, dann im Bereich des Themas der Archivierung, dann das Suchen über mehrere Postfächer hinweg, die Aufbewahrung von Daten, Information Protection und solche Dinge, die zusätzlich in der Enterprise Cal enthalten sind. Der SBS-Kunde in der Vergangenheit, der hatte typischerweise eine Standard Cal. Der konnte zwar auch eine Enterprise Cal hinzufügen, aber ich kenne da eigentlich keinen Kunden, der das gemacht hat. Das heißt, wir hatten letztendlich eine Standard Cal und für viele Kunden-Szenarien denke ich auch, dass das die zielführende Variante ist. Das müsst ihr halt hinterfragen, aber ihr könnt also durchaus die Situation haben, dass der Kunde einen Exchange Server Standard lizenziert hat und seine Clients die Standard plus die Enterprise Cal haben. Naja, und das ist jetzt, wenn wir an das Thema Kosten denken, natürlich die Kalkulation. Ich muss mir angucken, was kostet die Server Lizenz, was kosten die Cals. Ich habe dann, ja typischerweise jetzt aktuell bei der Version, habe ich so sieben Jahre Support dafür ungefähr noch. Was kostet mich die Implementierung des Ganzen und was kostet im Vergleich halt so ein Exchange Online? Das muss man abwägen. Was für ein Kunden eine interessante Option sein kann, wenn er den Exchange Server On-Premises betreibt, hat er natürlich den Vorteil, dass sein lokaler Mail-Traffic über das lokale Netzwerk geht. Und da reden wir dann typischerweise nicht über Megabit, sondern über Gigabit. Allerdings ist das für einige Unternehmen in den letzten Monaten genau zum Problem geworden, weil die viele Mitarbeiter, die eigentlich im Unternehmen geplant waren, sagen wir mal, plötzlich im Homeoffice haben und somit natürlich die Outlook-Clients von extern wieder zugreifen auf die Serversysteme und wir somit viel Internetbandbreite brauchen, auch für den internen Mail-Traffic. Also kann alles so sein, für und wieder haben. Wenn wir aber davon ausgehen, dass das eine temporäre Situation war und jetzt letztendlich unsere Workloads wieder ins Unternehmen zurückkommen, dann ist das schon ein großer Vorteil des Exchange Servers On-Premises, der letztendlich für den internen Mail-Verkehr die lokale Netzwerkverbindung nutzt. Jetzt schaue ich mal kurz in den Chat. Da ist eine Frage. Warum muss man bei voller Migration zu Office 365 noch einen lokalen Exchange auf 2019 bringen? Kann man das nicht deinstallieren? Und da ist gleich eine Anwirkung. Braucht man nicht unbedingt. Wird auch schon länger ohne gemacht. Es gibt bei Microsoft oft Empfehlungen, wo das System auch funktioniert, wenn ich mich an die Empfehlungen nicht halte. Die Situation haben wir zum Beispiel beim Arbeitsspeicher, beim Exchange. Exchange 2019 haben wir die Empfehlung mindestens 128 GB RAM. Der funktioniert auch mit weniger. Jetzt sind wir bloß so vom WBSC so ein bisschen, sagen wir mal, halboffiziell. Also es ist ja nicht irgendwie jetzt eine Microsoft-Veranstaltung, sondern wir sehen uns als Community, um euch hilfreiche Informationen zu liefern, die jetzt aber nicht den offiziellen Microsoft-Aussagen widersprechen. Trotzdem haben wir natürlich Tipps aus der Praxis. Jetzt handhabe ich das immer so. Wenn irgendetwas supported ist, wenn irgendetwas zulässig ist, wenn irgendetwas Microsoft anders sieht. Also zum Beispiel Microsoft empfiehlt uns, nutzt doch Windows Virtual Desktop. Und ich sage euch aber, Remote Desktop Services on Premises sind bei vernünftiger Kalkulation für eine klassische Desktop-Bereitstellung viel kostengünstiger. Dann ist das für mich fein. Das ist eine Empfehlung von mir, die jetzt nicht irgendwelchen Microsoft-Recommendations aus technischer Sicht widerspricht. Wir gehen nicht das Risiko ein, dass irgendwas nicht funktioniert. Jetzt bei diesem Thema Exchange zum Beispiel. Exchange mit dem 128 GB RAM kommen wir gleich nochmal drauf. Ich weiß, dass der mit weniger RAM auch läuft. Meine Aussagen werden aber in den Präsentationen immer sein, Microsoft empfiehlt 128 GB Memory und ich würde euch auch empfehlen, die 128 GB zu nutzen. Vielleicht in manchen Szenarien sogar mehr. Und so ist es natürlich auch mit dem lokalen Exchange Server. Warum brauchen wir den? Der Exchange Server on Premises. Vielleicht wart ihr dabei bei dem Thema Azure Active Directory Connect. Der Exchange Server on Premises ist die federführende Instanz, wenn es um die letztendlich die Attribute geht, die wir für das Exchange brauchen. Wisst ihr alle, wenn wir einen Exchange Server installieren, wird auch das Active Directory Schema erweitert, was übrigens dann nicht funktioniert, wenn ihr euch erinnert an unsere Active Directory Session. Wenn mein Schema Master nicht erreichbar sein sollte, dann gibt es da tatsächlich Probleme. Jetzt hat Microsoft im Moment keinen offiziell supporteten Weg, einen einmal vorhandenen Exchange Server in einer hybriden Konfiguration, wo also auch Cloud Services involviert sind, so zu entfernen, dass in der Cloud alles noch geht. Das war hier eine Anmerkung über PowerShell. Kann ich alles machen? Ist richtig. Wird funktionieren. Ist aber nicht meine Empfehlung. Aber das Tolle ist ja, ihr könnt euch auch immer untereinander austauschen. Das finde ich super, dass ihr das macht. Also hier im Chat und je nachdem, wie es der Einzelne mag, gerne auch im Nachgang. Und der Chat, der funktioniert ja auch nach 10 Uhr noch. Also ihr könnt da ruhig noch drinbleiben, wenn ihr euch da jetzt austauschen wollt, kein Problem. Finde ich super. Bloß von mir kommt die Empfehlung, die offiziell von Microsoft ist, ihr bräuchtet den Exchange Server On-Premises. Das ist ja auch der Grund, warum ein Kunde, der ein Enterprise Agreement mit Microsoft hat, also einen größeren Volumenvertrag und darüber Office 365 Enterprise bezieht, da ist die Exchange Server Lizenz für On-Premises mit drin. Das heißt, es ist nur eine Frage des Doings, ich muss den gar nicht lizenzieren, weil Microsoft eben sagt, den brauchen wir. Jetzt hatte ich bei dem Thema Active Directory und Azure Active Directory Connect schon gesagt, dass es immer mehr Tendenzen gibt, dass das Active Directory in der Cloud zur führenden Instanz wird. Und das ist eigentlich genau das, was in diesem Bildchen da rechts unten, wenn ich diesen No-Weg einschlage, gemeint ist. Ich brauche vielleicht irgendwann in Zukunft das On-Premises Active Directory nicht mehr. und dann sind meine Clients direkt im Azure Active Directory, der Server ist im Azure Active Directory und es ist letztendlich alles fein und es ist rein für das Thema letztendlich der durch den Exchange Server generierten Attribute. Das heißt, der Exchange Server On-Premises muss nicht aktiv genutzt werden, der muss nur installiert werden, migriert werden und da haben wir auch eine Frage, ja warum muss denn der On-Premises migriert werden? Die Frage ist, befinden wir uns links von dem orangenen Entscheidungselement oder empfehlen wir uns rechts davon. Wenn wir in die Cloud gehen und dort aber das lokale Active Directory, in dem einmal ein Exchange Server war, beibehalten, dann müssten wir den nach den Best Practices von Microsoft auch migrieren. Wie gesagt, für Enterprise Kunden ist das kostenfrei, aber einfach, um die Active Directory Infrastruktur und Premises dem anzugleichen, was wir dann in der Cloud nutzen. Na ja, wenn wir den On-Premises betreiben, ist jedem klar, da muss ich den sowieso migrieren. Aber was jetzt denke ich, ich habe es richtig verstanden, sonst bitte einfach nochmal nachhaken, was für einige anscheinend die große Frage ist. Ich entscheide mich, ich gehe auf Office 365, ich sage, ich schaffe es, ja On-Premises umzustellen, ich migriere auch über einen der Wege und warum steht dann hier unten nochmal, wenn ich das On-Premises Active Directory behalte, ja, ich muss jeden laufenden Exchange Server auf 2016 oder 2019 aktualisieren. So, dann eine Frage, aktuell kann im Schaubild alles, was 2016 haust, auch 2013 sein, solange der 2013er noch supported ist. Vollkommen richtig, das heißt, dort an den Stellen, wo 2016, 2019 steht, könnte auch 2013 stehen. vollkommen richtig. Dann eine Frage, habe ich auch Azure Active Directory, wenn nur Exchange Online Plan 1 lizenziert wird? Ja. Azure Active Directory, sobald ich sowas wie Exchange Online, Office 365 oder Microsoft 365 habe, vorhanden, das heißt, das ist immer da. Ja, und dann ist eine Anmerkung, das heißt, wir betreiben noch einen Server, der nichts mehr macht und gewartet werden muss, vollkommen richtig. Das ist so das große Thema an der Stelle und deswegen sagte ich ja, wenn ich eine kleinere Umgebung habe, wo ich sage, Moment, eigentlich passt der Domainname nicht, das war nämlich meine SPS Domäne, .local, hat man ja geklärt, kann ich schon irgendwie weitermachen, aber da habe ich schon mal einen Punkt, sollte ich eigentlich neu machen. Dann sage ich, den Exchange On-Premises brauche ich eigentlich gar nicht mehr, muss ich mitschleppen. Dann habe ich vielleicht Stress mit irgendwelchen Gruppenrichtlinien und dann bin ich sehr schnell an dem Punkt, wo ich sage, lass mich doch diese kleine Domäne neu bauen. Wenn ich hingegen sage, die Domain ist schon perfekt designed, das ist ein intern.meinefirma.de, ich habe auch ansonsten keine Probleme, ich habe halt bloß noch einen Exchange Server da, den ich migrieren muss, dann würde ich ihn migrieren. Genau. Ja, und da noch mal eine Anmerkung, vielen Dank, Azure AD ist immer da. Genau, Azure AD haben wir, sobald wir einen Cloud-basierten Dienst haben, immer mit dabei. Gut, ich hoffe, das Thema ist damit geklärt, also das ist einfach so, es gibt im Moment keine offizielle Version, ich weiß, dass es geht, aber es gibt keine offizielle Variante, wie kann ich einen Exchange Server, den ich lokal einmal hatte, rückstandslos entfernen, ohne dass die Cloud-Services dann damit in irgendeiner Form ja eine Abhängigkeit entsteht. Gut, Architektur, haben wir gesprochen, haben wir geklärt, natürlich, nee, haben wir noch nicht intensiver geklärt, ich habe nur über die Diskussion hier gestartet, dass natürlich ein Client, der intern ist, egal ob es jetzt ein mobiles Gerät ist, über WLAN oder ein Web-Client oder ein Outlook, dann letztendlich er sich hier rein verlagert und dann an der Stelle ist, wo wir hier das Outlook-Symbol sehen und somit unsere Internetleitung entlastet und eine lokale Netzwerkverbindung nutzt. Beim Exchange Server können wir entsprechend skalieren, das heißt, wir können eine kleine Implementierung wählen, wir können aber auch die Rollen entsprechend auf mehrere Server verteilen, um hier eine Lastverteilung zu haben oder eine Database Availability Group aufzubauen, das heißt, eine Hochverfügbarkeit zu implementieren, das ist alles in der Exchange-Architektur vorgesehen. Was natürlich auch geht, es kann eine Kommunikation zwischen Exchange-Servern stattfinden, das bedeutet, wenn wir mehrere Exchange-Server innerhalb oder in unterschiedlichen Organisationen haben, gibt es dort über entsprechende Konnektoren die Möglichkeit, natürlich einen Nachrichtenfluss zu realisieren, wie wir das auch haben von unseren Clients und was dort ein wichtiges Thema ist, aus meiner Sicht oder ein leidiges Thema ist, ist das Thema POP3. Also normalerweise nehmt ihr euer mobiles Endgerät, Outlook, Web-Clients, Outlook oder dem Full-Feature-Outlook-Client. Es wird dann aber häufig mal das Thema POP3, sagen wir mal, thematisiert, nachgefragt und vor allem gibt es Kundensituationen, wo am Exchange-Server Mails per POP abgeholt werden. Jetzt ist es so, dass so ein Exchange-Server ein Mail-Server ist, das heißt, der will mit einem anderen Mail-Server sprechen, über einen Konnektor, den wir dort einrichten. Damit das funktioniert, wäre es letztendlich so, ihr erinnert euch vielleicht, als ich Office 365 beziehungsweise Microsoft 365 eingerichtet habe, in einem unserer ersten Webcasts, habe ich mal einen MX-Record bei meinem DNS-Anbieter konfiguriert, damit er alle Mails, die bei ihm reingehen, zu meinem Exchange Online weiterleitet. Das würde ich genauso mit dem On-Premises machen. Ich mache einen MX-Record, der auf meinen Exchange-Server zeigt, damit mein DNS-Hoster letztendlich meine Mails alle zu meinem Exchange-Server zustellt und der die dann in meine Postfächer einsortiert. Wenn ich das über POP3 mache, dann bedeutet das, ich habe bei meinem Provider schon einen Exchange-Server, ich habe dort für jeden User ein Postfach oder ich habe ein Sammelpostfach, das geht auch, ja, aber ich habe auf jeden Fall dort Postfächer, dort hole ich Mails und die sortiere ich lokal wieder ein. Also ich habe das eigentlich zweimal. Jetzt verstehe ich, es gab früher unter Umständen häufiger die Situation, dass ich vielleicht keine feste IP-Adresse nach außen hatte, dass ich aber trotzdem den Vorteil nutzen mochte des internen Mailings und gleichzeitig rausmailen konnte. Ich würde sowas heute nicht mehr konfigurieren. Ja, es gibt auch für Exchange 2019 entsprechende Konnektoren, um Mails per POP3 abzuholen. Das sollte aber nicht die Variante sein, wie ihr das konfiguriert. Das heißt, das ist auch wieder so ein Thema für die Entscheidung, mache ich das On-Premises. Also, wenn ich meinen Server so konfigurieren kann, dass ich über die MX-Records von extern ja letztendlich auf meinen Exchange-Server setze. Gut, wenn ich unbedingt so einen POP-Konnektor brauche, würde ich das nochmal überdenken. So, jetzt haben wir viel über Rahmenbedingungen, Historie und so weiter gesprochen. Wie schaut es denn jetzt aus, was sagt Microsoft ganz offiziell zu dem Thema Upgrade von Exchange Lokal? Das ist ein Originalauszug aus docs.microsoft.com. Den Link habe ich unten rangepackt. Microsoft fängt schon an im Text. Wir sind zwar der festen Überzeugung, dass sie durch vollständige Migration auf Office 365 den besten Nutzen haben, aber wir verstehen auch, dass einige Organisationen Exchange Server lokal halten müssen. Also wichtig, zwei Informationen. Hier gleich nochmal der Hinweis, Exchange Online wäre das Empfohlene. Aber klar, das On-Premises gibt es und wird es auch in Zukunft supportet geben. Die Aussage ist hier mindestens Exchange Server 2013 oder Exchange 2016, weil das dann nach Oktober 2020 die verbleibenden supporteten Versionen sind. Meine Empfehlung wäre, wenn ihr jetzt schon migriert und es ist klar, ihr behaltet den Exchange Server On-Premises, dann geht über den Zwischenschritt 2016 gleich auf 2019, weil 2019 ist aus heutiger Sicht die aktuellste Version, hat die beste Outlook-Kompatibilität, hat die beste Cloud-Kompatibilität und es ist vor allem so, Exchange ist immer eine Volumenlizenz. Wir haben ja so das große Thema des Downgrades. Wie läuft es? Wir wissen alle, denke ich, beim Beno Server auch in der OEM-Lizenz enthalten, beim Office halt nicht inkludiert in den OEM-Lizenz-Varianten, beim SQL Server auch nicht inkludiert in den OEM-Lizenz-Varianten. Naja, Exchange Server ist immer ein Volumenlizenzprodukt, das heißt, wir haben immer ein Downgrade-Recht. Ihr kauft also nicht Exchange Server 2013 und 2016 und 2019, sondern ihr kauft oder lizenziert jetzt Exchange Server 2019. Ihr erwerbt auch Exchange 2019 CALs, weil auch beim Exchange Server ist die CAL versionsbezogen und dann wärt ihr in der Lage, den Zwischenschritt 2016 zu gehen, weil ihr euch einfach aus dem Volumenlizenzportal die Lizenz entsprechend herunterladet und dort nutzt. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, auf die neueste oder aktuellste Version Exchange 2010 zu gehen. Da können wir so ein bisschen nachlesen, bei Microsoft, wo sind so die Fokusthemen, was ist dort neu. Also bei Exchange 2013 wurde dann das Outlook Web App so richtig, richtig gut. Bei Exchange 2016 haben wir auch die Online-Zusammenarbeit. Warum empfehle ich auf den 2019er zu gehen? Schaut euch mal an, auch der Exchange 2013 geht in nicht allzu ferner Zukunft. In der Support Ende, April 2023. Naja, April 2023, April 2020 ist vorbei, 2021 ist ein Jahr, 22 zwei Jahre, 23 drei Jahre. Ich kann mich erinnern, als wir über das Thema SBS End of Support gesprochen haben und Venoso aber 2008 End of Support auf damals unseren Kinotour-Veranstaltungen. Ja, und da war es so ungefähr drei Jahre bis zum Support Ende. Die Veranstaltung ist gefühlt noch gar nicht so lange her. Also die Zeit vergeht sehr schnell, will ich damit sagen. Und einen Kunde, der jetzt Exchange 2013 hat, den würde ich gleich mit ansprechen. Das heißt, wenn ihr jetzt so gar keine Ressourcen habt für Migrationen, dann adressiert ihr natürlich zunächst mal die Exchange 2010 Kunden. Aber wenn ihr sagt, ich habe jetzt sowieso gerade das Thema Exchange Migration als Fokusthema, dann würde ich unbedingt auch die 2013er Kunden mit adressieren. Gut, Exchange 2016 hätte ich jetzt selber noch ein sehr gutes Gefühl. Und da wäre es ja auch so, dass ich nach meiner Migrationsregel an dem Punkt bin, dass ich sage, es gibt jetzt erst die nächste Version und dann haben wir letztendlich noch ein bisschen Planungssicherheit. Jetzt sehe ich hier eine Rückmeldung, dass sich die Folie nicht aktualisieren. Das tut mir sehr leid. Ich hoffe, dass es nicht bei den anderen auch so. Eigentlich sollte das nicht notwendig sein, da immer wieder neu einzusteigen. Ich habe aber auf jeden Fall wieder als Fallback es geht auf die Aufzählung. Dann haben wir eine Frage, hat jemand Erfahrung mit Exchange 2019 und weniger als 128 GB RAM? Würde ich empfehlen, mach dir untereinander, weil ich habe mit meiner Empfehlung natürlich immer das Risiko, wenn dann was doch nicht so gut funktioniert, will ich nicht den schlechten Tipp gegeben haben. Ich weiß, es funktioniert. Es funktioniert teilweise mit erheblich weniger Arbeitsspeicher. Jetzt ist natürlich die Frage, warum braucht ein Exchange Server? so viel RAM. Warum sagen die da 128 GB? Wir kommen da auch gleich noch dazu. Das Problem beim Exchange Server ist, oder der Vorteil eigentlich, dass der Exchange Server in den letzten Versionen und ganz extrem bei der Version 2019 den Zugriff auf die Ressourcen über den RAM optimiert. Das heißt, er wickelt sehr viel Transaktionen über den Arbeitsspeicher ab und je mehr ich habe, umso besser funktioniert das. Das ist ein bisschen so wie beim SQL Server, obwohl es eine komplett andere Engine ist. Ich würde bei der Empfehlung 128 GB bleiben, aber tauscht euch gerne im Chat aus. Dann bei der Versionskoexistenz, das hatte ich nochmal angesprochen, haben wir die Situation, dass wir den Exchange 2013 oder 2016 in eine 2010er Organisation installieren können. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr Exchange installiert, dann fragt ihr euch nach der Exchange Organisation und wenn ihr den ersten Exchange Server installiert, dann macht ihr eine neue Organisation und wenn ihr weitere installiert, dann könnt ihr euch entscheiden, kommen die in die gleiche Organisation rein oder bekommen die eine eigene Organisation. Und wir können halt in der Exchange 2010 Organisation kein 2019er Server installieren, sondern wir müssten erst alle Exchange Server migrieren auf mindestens 2013, um den ersten 2019er haben zu können. Naja, jetzt habe ich wieder umgeschaltet übrigens, falls es da mit der Folie Probleme gab, da vielleicht mal drauf achten. Es gibt natürlich auch Abhängigkeiten zum Betriebssystem. Exchange 2010 benötigt, Entschuldigung, Exchange Server 2016 braucht mindestens Windows Server 2012. Dazu aber, Windows Server 2012 ist ja die älteste Version des Windows Servers, die noch supported wird. Exchange 2013 würde theoretisch auf Windows Server 2008 Relays 2 Service Pack 1 laufen, aber der ist schon End of Support. dann sehen wir Active Directory Gesamtstruktur Funktionsebene, da sind wir recht flexibel, weil es kann ja durchaus sein, dass wir lauter neue Domain Controller haben, aber die Exchange, die Active Directory Funktionsebene 2008 2008 Release 2. Wer jetzt sagt, oh, das ist alles so viel, wo kann ich denn das nochmal nachlesen? Da gibt es eine sogenannte Exchange-Unterstützbarkeits- oder Unterstützungsmatrix, wo ich genau sehe, was ist denn wo, wie, in welcher Konstellation supported. Na ja, und wenn ich das mal hier rüber schiebe, dann ist jetzt das Live, also ist nicht mehr Slide, das heißt, da hoffe ich, dass das Scrollen auch funktioniert, dann sehe ich halt hier letztendlich die Version. Und was da interessant ist, Exchange 2019 unterstützt nur Windows Server 2019 als Plattform. Man könnte ja sagen, vielleicht läuft der Exchange 2019 auch auf Windows Server 2016. Nee, wir brauchen dort die neueste Version, Exchange 2019, sonst läuft keiner. Der Exchange 2016 ist da ein bisschen flexibler, weil der Exchange 2016, der läuft auf Windows Server 2016, 2012 A2, 2012. Also der hat hier drei Versionen, wo er unterstützt ist. Dafür ist der auf dem Windows Server 2019 nicht unterstützt. Also in der Vergangenheit war das nicht immer so, dass die jeweilige Exchange-Version genau die Server-Version braucht. Interessanterweise war es sogar eher oft so, sehen wir hier zum Beispiel Exchange Server 2013 oder auch ein Exchange 2016, kumulatives Update 2 oder älter, hat ein Windows Server 2016 gar nicht unterstützt. Das kam erst durch so ein kumulatives Update dazu. Aber jetzt in der 2019er Version ist es so, dass nur Windows Server 2019 und Exchange 2019 letztendlich zusammengehen, das vielleicht merken, dass man hier nicht im Bereich des Betriebssystems irgendwie eine böse Überraschung erlebt. Na ja, dann haben wir natürlich noch die Client-Betriebssystem-Kompatibilität für die Verwaltungstools, wenn ich die nutzen möchte, und die Active Directory-Versionen. Also von daher die Compatibility-Matrix, alles zu finden unter docs.microsoft.com. Ich schreibe sie auch mal ganz kurz in den Chat hinein, damit ihr dort den Link habt und das direkt nachlesen könnt, weil das ist, glaube ich, ganz hilfreich, das letztendlich zu haben und zu nutzen. Jetzt, wenn wir On-Premises migrieren, gibt es auch dafür eine eigene Landingpage von Microsoft. Da gibt es einen kleinen Blog, wo Microsoft etwas dazu veröffentlicht hat und gesagt hat, so, wir schreiben einmal nieder, wie so eine Migration von 2010 auf 2016 aussehen könnte. Und da sehen wir hier Vorbereitung, Exchange Server, Architektur, Systemanforderungen, Support, Matrix, dann Load Balancing, dann das Planen der Migration, das Server Sizing, das heißt, wie viele Ressourcen brauche ich, dann wirklich auch ein Testen, Chatstress ist ein Tool, um dann die Leistungsfähigkeit des Systems zu testen, dann Empfehlungen zur Hybrid-Konfiguration, Public Folders ist aus meiner Sicht so ein, sagen wir mal, leidiges Thema, schon ewig abgekündigt, aber sie gibt es weiterhin, sie gibt es auch natürlich in der Cloud. Ich habe Public Folder jetzt nie so intensiv genutzt, weil ich schon sehr früh SharePoint-Technologien verwendet habe. Aber klar, ich weiß, viele Kunden haben es im Einsatz und wir müssen uns damit beschäftigen und das alles in diesem Dokument zum Thema Best Practices Exchange Migration. Das schreibe ich hier auch mal rein. Das heißt, hier habt ihr jetzt gleich einen Link, Best Practices Exchange Migration, was ihr dann letztendlich direkt nutzen könnt. Gut, jetzt zum Thema der Hardware-Anforderungen. Ich hatte es jetzt vorhin schon mehrfach angesprochen. Microsoft sagt halt, wir brauchen 128 GB RAM für den Edge-Transport mindestens 64 GB. Da sagten wir ja gerade schon, tauscht euch ruhig untereinander aus, ob es mit weniger auch geht. Aber ja, ich würde es nicht empfehlen. Ist natürlich gerade bei Virtualisierung ein Thema. Was wir schon geklärt haben, wir brauchen Windows Server 2019 als Plattform. Und das Thema Virtualisierung, was ich gerade angesprochen habe, das wird häufig gefragt, ja, wie ist das überhaupt mit dem Exchange? Wird das supported? Können wir das machen? Und da sagt Microsoft aber ganz klar natürlich, Exchange Server ist supported für die Virtualisierung. Gibt es eine eigene Seite dazu, ist auch recht aktuell. 24.06.2020 zuletzt aktualisiert, wo wir Informationen haben für die Virtualisierung, wo wir explizit sehen, auch ein Third-Party-Hypervisor, der bestimmten Voraussetzungen entspricht, wird supported. Hyper-V würde ich euch natürlich empfehlen. Das ist die Technologie, die ich auch am besten kenne und am liebsten nutze letztendlich. Dann haben wir das Thema der Anforderungen für die Hostmaschine, Exchange Storage Requirements und so weiter. Also Virtualisierung gar kein Thema. Und das wäre natürlich meine Empfehlung, wenn ihr migriert auf Exchange Server On-Premises, dann schaut doch, dass ihr den Exchange Server auch virtualisiert, um flexibel zu sein. Weil gerade in so einer Situation, wie wir sie aktuell gerade haben, wo es eventuell plötzlich dazu geführt hat, dass wir unerwartet viele User im Homeoffice haben, da könnte es ja ein Vorteil sein, wenn ich den Exchange Server in einer VM habe und dann letztendlich vielleicht in eine gehostete Umgebung verschiebe. Das bedeutet, da könnte ich dann ja so eine virtuelle Maschine zu einem Hoster verschieben. Ich muss immer klären, ob es meine Lizenzbedingungen zulassen, weil das ist ja so eine Frage, die häufig kommt, kann ich einen Exchange Server unter Azure betreiben? Das ist nicht vorgesehen. So, jetzt wundere ich mich gerade ein bisschen, dass so gar keiner mehr in den Chat schreibt. Ihr könnt ja vielleicht mal reinschreiben, ob ihr mich noch hören könnt. Und jetzt sehe ich aber, da blinkt etwas. Also, ich bin noch zu hören. Alles okay. Wunderbar. Prima. Gut. Dann damit. Exchange On-Premises, wie gesagt, die eigentliche Migration ist letztendlich ganz vereinfacht gesprochen. Die technischen Dokumente sind ein bisschen umfangreicher. eine Installation einer neueren Exchange Server Version in eine vorhandene Exchange Organisation hinein. Mit den Docs Artikeln, die ich verlinkt hatte, haben wir aber noch mal einige Ressourcen an der Hand, die uns dort unterstützen. Ja, wenn ihr jetzt sagt, super, morgen hören wir noch ein bisschen was zu Exchange Online. Wie geht es da weiter? Morgen geht es also um Gründe und Tipps für eine Migration auf Exchange Online. Am Freitag geht es um die erweiterten Security Features in Microsoft 365 Business. Und am Freitag haben wir auch unseren letzten Partner Support für den Juni. Im Juli geht es dann, wie gesagt, weiter. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Ich freue mich sehr, wenn wir uns morgen um neun wieder hören. Wie kann ich heute einen der Rucksäcke gewinnen? Es ist relativ einfach. Es geht nämlich um die Frage, welche Exchange Server Version, Entschuldigung, welche Windows Server Version benötigt Exchange Server 2019 zur Installation? Also ich möchte einen Exchange Server 2019 installieren. Welches Windows Server Betriebssystem brauche ich da unten drunter? Gibt es eine klare, recht eindeutige Antwort. Da sehe ich einmal NT351. Das war vor meiner Zeit. Mit NT4 bin ich so richtig eingestiegen. Also bei NT351, da war ich dann noch so ein bisschen anders unterwegs. Also ich kann erst ab NT4 antworten. Also NT4 wäre nicht korrekt. NT351 müssen wir mal ausprobieren. Gut, naja, Jungspund NT4 ist auch schon ganz schön lange her, muss ich das sagen. Prima. Ich sage euch allen, vielen Dank fürs Teilnehmen. Tauscht euch gerne noch ein bisschen aus zu den Themen, wo ich sagte, da halte ich mich ein bisschen zurück, weil ich würde mich gerne an die offiziellen Empfehlungen halten, weil die nicht von Nachteil sind. Also ein Exchange Server ist nicht traurig, wenn er 128 Giggramm oder mehr hat. Alles, was weniger ist, würde ich sagen, ruhig untereinander austauschen. Allen, die dabei waren, sage ich vielen Dank fürs Teilnehmen. Ich freue mich sehr, wenn wir uns morgen um neun wieder hören. Dreimal haben wir ja in diesem Monat noch die Chance, nämlich morgen und zweimal am Freitag. Und im Juli geht es dann aber weiter. So, damit sage ich euch, vielen Dank fürs Teilnehmen und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen, erfolgreichen restlichen Tag und bis morgen. Tschüss. 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 Vielen Dank.